Aber eigentlich muss man ApoRed vielleicht auch an der Stelle einmal danken. Also eigentlich sind alle wieder so, es ist alles cool und fertig. ApoRed, der St. Martin von YouTube-Deutschland. Apo-R-E-D, der Allerechte, ist doch gar nicht anscheinend pleite, wa? Du musst heute dich bei den Leuten entschuldigen, Digga. Okay. Bei allen, Digga, sagen, dass du broke bist. Ich hab hier so ein paar Notizen. Ja. War alles nur ein großer Prank. War alles nur ein großer Prank. It's a prank, bro. It's a prank, bro. Ich kann es nicht mehr hören, sorry. Warum? Ich fand eigentlich gar nicht so kacke. Ich find den Typen so nervig. Ja gut, okay. Aber ich muss sagen, er hat mal wieder YouTube-Deutschland-Hops genommen. Ja, er sagt, er hat YouTube-Deutschland-Hops genommen. Ja, natürlich. Ich meine, klar, eigentlich kann man ihm das jetzt auch nicht mehr glauben. Weil was kann man dem alles glauben? Also, weiß ich nicht. Ich glaube, er weiß selber nicht mehr, was er glauben soll. Ich sitze hier und denke mir so, warum ist er nicht endlich in der Versenkung verschwunden? Ja, war er ja eine Zeit lang. Ja, und jetzt macht er den Trading-Hasen in Dubai angeblich. Ist aber in Istanbul mit Burjigeld aus Deutschland oder auch nicht oder doch. Es ist eine Timeline. Ohne Scheiß, die Timeline von Apo Red ist verwirrender als das Marvel Cinematic Universe. Nachdem das Multiversum da reingekommen ist. Kein Arsch versteht mehr, was die Chronologie ist. Kein Arsch versteht mehr, was er eigentlich will. Naja, Apo Red hat doch damals Videos gemacht, wo er meinte, er ist Millionär, er ist nicht pleite. Da hat er doch vor diesem roten Container mit dem Klamotten-Container gestanden auf dem Parkplatz irgendwo in Hamburg. Hab ich nicht gesehen. Und hat dieses Video in seiner roten Jacke gemacht. Und ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Dicker, der weiß, ich bin Millionär. Ich weiß, ich bin Millionär. Das ist einfach Fakt. Das Video, was ich von ihm in Hamburg gesehen habe, ist das, wo er hier um die Ecke die Tasche vor den Geldautomaten geworfen. Das ist ja 100 Jahre alt. Aber das ist das, was ich gesehen habe. Da haben dann alle Streamer drauf reagiert und haben das halt irgendwie für Quatsch befunden. Weil Mimi ihn ja zerstört hatte und seine privaten Daten und seine Frau und so weiter geleakt hatte und alles. Und dann war er ja weg. Verschwunden. Dann hat er irgendwann angefangen, so Trading-Shit zu machen. Und jetzt hat er dann ja ein Video hochgeladen. Leute, ich bin pleite, ich habe 3,4 Millionen Steuerschulden. Was soll ich machen? Mein Finalsberater ist ein Arsch. Der hat mich über den Tisch gezogen. Der hat alles versaut. Ich bringe es erstmal direkt auf den Punkt, damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Und jetzt kam ein Video raus, wo er mit Leon Machère Hast du Eier gespielt hat. Mal wieder, nach ewigen Zeiten. Und die Bestrafung von Leon war, weil Apo eine Aufgabe nicht machen wollte, dass er dieses Ich habe 3,4 Millionen Steuerschulden-Video drehen muss. Okay. Gar nicht so kompliziert. Damit wir erstmal direkt beim Thema sind. Ich habe gar kein Geld mehr. Aber ich fand es ein bisschen, also ich kann das verstehen. Die Leute sind sauer auf ihn. Die Kommentare sind auch sehr, sehr, sehr gegen ihn. Die Leute hassen ihn voll. Nein, aber ich kann das irgendwie verstehen, dass die sauer darauf sind. Ich finde es aber auch ein bisschen witzig. Das Video oder was? Beides. Beides. Also ich finde das Video witzig, dass er halt gesagt hat, ich habe 3,4 Millionen Steuerschulden und das ist eigentlich alles nur Verarschung. Und die Leute halt so darauf reagiert haben, so nach dem Motto, dass es halt wirklich so ist. Und ich habe das Gefühl, es ist der Prank für den Prank. So, ich habe 3,4 Millionen Steuerschulden, aber ich habe sie wirklich. 3,4 ist vielleicht ein bisschen viel, aber... Ja, also ich habe dieses Prank-Video gesehen und habe mich vor Cringeness im Boden versinken wollen. Ja, darum geht es ja. Das war das Erste. Und dann, weiß ich nicht, irgendwie... Also das Video war ja offensichtlich ein Setup für diesen Prank, den er da am Ende gemacht hat mit. Ich habe euch alle verarscht. Das geht ja auch mit den Reactions da los. Die Pranks an sich fand ich alle lame, aber ich konnte mit den beiden eh noch nie was anfangen. Das ist halt so 2015 YouTube-Humor. Ja. Die sind sich ja treu geblieben. Und der war damals schon kack. Ich weiß irgendwie nicht, was ich von dieser Situation halten soll. Er sitzt da einfach und macht sich halt irgendwie über Insolvenzen lustig und über Bürgergeld-Anträge, nachdem er einfach... Ich weiß ja nicht mal, hat er jetzt Geld, hat er kein Geld? Was ist sein scheiß Problem? Ja, das weiß keiner. Der Mann kommt einfach nicht vom Geld los, egal ob er es hat oder nicht. Und ich finde es dann einfach, egal ob er es hat oder nicht, erbärmlich, sich über diese Thematiken lustig zu machen oder die zu benutzen, um einen Prank zu drehen für das eigene Ego oder ich weiß, keine Ahnung. Er hat ja Geldprobleme, weil das hat Mimi ja offengelegt. Ich glaube nicht, dass er 3,4 Millionen Euro Steuerschulden hat, weil das ist schon eine Hausnummer. Ja, die... Also das ist auch irgendwo ein bisschen... Da stecke ich aber auch nicht genug im Steuerrecht drin, um einschätzen zu können, ob das realistisch ist oder nicht. Aber von den Relationen ist das schon ein bisschen quatschig. Ich finde halt ein bisschen witzig einfach daran, dass das so die Art von ApoRed und von Leon Machère ist, so ihre verhassten YouTuber und Streamer-Hops zu nehmen. Weißt du, die lachen sich dann ins Fäust und sagen, Trimix ist so doof, der hat darauf reagiert und denkt, dass wirklich ist, der hat da auch drauf reagiert. Das klingt hier schon sehr ernst alles. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Prank ist. Ich habe gar kein Geld mehr. So, und Monta hat ja auch schon jetzt direkt darauf reagiert in seinem Stream und meinte halt, er hat trotzdem noch Sympathie für Red. Ja, okay, aber das hat er auch vor einer Weile schon gesagt und auch da habe ich, ich kann, also weiß ich nicht, ich kann meine Antipathie demgegenüber auch einfach gar nicht verstecken, es tut mir leid, aber ich finde ApoRed einfach ganz, ganz furchtbar und ich finde Leon Machère unglaublich langweilig und ich finde die beiden in der Kombi, also es gibt nichts Nichtsagenderes auf YouTube. Es ist einfach unglaublich schlimm. Das ist so dieses Verstehen Sie Spaß auf billig gemacht. Stimmt. Weißt du, halt, das ist einfach, es ist einfach versteckte Kamera in geschmacklos und mit iPhone 15 Kamera. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber eigentlich muss man ApoRed vielleicht auch an der Stelle einmal danken. Er bringt ein Video raus, macht sich damit jetzt selber wieder die Taschen voll, weil Weihnachts CPM und so weiter und beschenkt alle Streamer da draußen, die darauf reacken, weil die kriegen da auch wieder Geld raus. Also eigentlich sind alle wieder so, es ist alles cool und fertig. ApoRed ist der St. Martin von YouTube Deutschland. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das angebliche Statement von ApoRed fandet und wenn ihr Jannik ein bisschen besser gelaunt sehen wollt, dann guckt euch doch mal unsere GTA 6 Trailer Reaction an. Oh ja.